Grüß Gott! Wer sich mit Jenseitsforschung befasst, der wird zur Erkenntnis kommen, dass es eine jenseitige Welt gibt, in die wir alle eines Tages eintreten werden. Und man wird erkennen, dass unser Leben nicht einfach auf Zufällen beruht, sondern dass wir Geschöpfe Gottes sind und darum auch einer geistigen Gemeinschaft angehören. Gott ist Geist und weil Gott Geist ist, so sind wir ihm gleich und eben auch Geistwesen, die hier auf Zeit mit einem materiellen Körper bekleidet sind. Aber heute ist es so, dass viele nicht mehr an Gott glauben, vielleicht auch darum, weil Religionen von einer ewigen Verdammnis sprechen, und damit ein falsches Gottesbild vermitteln. Aber Gott ist die Liebe und die Liebe hat er zu all seinen Geschöpfen und darum wird er seine Geschöpfe auch niemals für immer leiden lassen. Aber mit dem freien Willen übergibt er ihnen auch die Verantwortung für ihre Taten und so kann es sein, dass eine Wiedergutmachung für falsches Handeln geleistet werden muss. So gibt es Menschen, die im Leben kaum Sorgen haben. Sie sind gesund und tatkräftig und ein gutes Umfeld ermöglicht ihnen, alle Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Es gibt aber auch jene, die es schwer haben. Es gelingt ihnen wenig und in ihrem Dasein sind sie von Sorgen, Nöten und Krankheiten gezeichnet. Und für diese stellt sich die Frage, warum habe ich es so schwer im Leben? Sie vergleichen ihr Dasein mit dem von anderen, die vielleicht alles haben, was sie für sich auch wünschen würden. So war es einem Mann ergangen, von dem der folgende, medial vermittelte Erfahrungsbericht handelt. Dieser haderte mit seinem Schicksal und fand es eine Ungerechtigkeit von Gott, dass er mit seinen Familienangehörigen ein schweres Leben führen musste, wo er doch ein gerechter Mensch wäre, der niemandem etwas zu Leide getan habe. Demgegenüber sah er, dass es seinen Nachbarn sehr guter ging, obwohl diese offensichtlich kein ehrliches Leben führten. Es traf ihn noch ein weiterer Schicksalsschlag, als er seinen geliebten Sohn durch einen Freitod verlor. Als er dann starb, wurde er in der jenseitigen Welt von seinen verstorbenen Eltern empfangen, die ihn mit seinem neuen Leben in der geistigen Welt vertraut machten. Nach einer gewissen Zeit wurde er vor ein leitendes Geistwesen geführt, das mit ihm über sein vergangenes Erdenleben sprechen wollte. Da wurde ihm sein Leben bildlich vorgeführt. Er konnte sehen, was er als Mensch gesagt und gemacht hatte. Und es wurde ihm dabei erläutert, wo er richtig gehandelt und was er falsch getan hatte. Dann bekam er auch die Antwort auf seine Frage, warum er so ein schweres Erdenleben hatte führen müssen. Er wurde belehrt, dass dies die Folge von einem früheren Erdenleben war und er darum im letzten Leben mit einem Karma gezeichnet war. Solche Erfahrungsberichte aus dem Jenseits helfen uns, mehr über die jenseitige Welt und ihre Gesetze zu erfahren. Und man kann erkennen, was wir nach unserem Sterben zu erwarten haben. Denn wer sich gegenüber seinen Mitmenschen mutwillig verschuldet, muss früher oder später eine Wiedergutmachung leisten. Wer aber für sein Umfeld viel Gutes bewirkt hat, wird im Jenseits entsprechend belohnt. Der besagte Erfahrungsbericht wurde vom bekannten Schweizer Medium Beatas Brunner am 11. Oktober 1975 in Tiefdrasse vermittelt und auf Tonband aufgenommen. Diese Aufnahme ist in der Videobeschreibung verlinkt und kann dort gehört oder gelesen werden. Untertitelung des ZDF, 2020